Priyanka Chopra ist mit ihrer Malti in der Vogü. Priyanka Chopras, 40, Töchterchen ziert bereits eines der renommiertesten Modemagazine der Welt. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Nick Jonas, 30, machten im Januar 2022 überraschend öffentlich, dass die Eltern einer kleinen Tochter geworden sind, die kleine Malti Marie wurde von einer Leihmutter zur Welt gebracht. Seitdem genießt die kleine Familie ihren Alltag zu dritt. Nun feierten Priyanka und Malti einen besonderen Mama-Tochter-Moment. Priyanka prangt auf dem Cover der aktuellen Ausgabe der britischen Vogel, gefolgt von einer Fotostrecke von der 40-jährigen E-Magazin. Auf einem Bild war auch die kleine Malti zu sehen, auf dem Schnappschuss tragen die beiden rote Kleider. Die stolze Mama umarmt ihre kleine Tochter liebevoll. Das Gesicht der Kleinen ist nicht zu sehen. Für Priyanka scheint die gemeinsame Fotostrecke in der Vogel etwas ganz Besonderes zu sein. Ein weiteres unserer vielen ersten Male zusammen, schrieb die Sängerin ein wenig sentimental auf Instagram zu der tollen Aufnahme der beiden.